So, das zweite Rennen kann gleich losgehen. Auf welcher Position bin ich? Auf welcher Position bin ich? Das ist die Frage. Bitte nicht ganz erster, bitte nicht erster. Es lädt noch, es lädt noch. Und ich bin... Ich bin vierter, shit. Das wird so scheiße in der Mitte zu fahren. Oh Gott. Blauprins, Chemie und Eichi hinter mir. Blauprins weiß ich, da wird wir schon versuchen irgendwie vorbeizukommen. Chemie und Eichi sowieso. Das wird ein Schlachtfest, wird das jetzt. Das wird ein Schlachtfest. Hoffentlich nicht. Ich habe so Panik jetzt. Die werden mich sofort alle wieder überholen, weil ich so langsam immer bin am Anfang, weil ich einfach Schiss habe. Ich hoffe, Chemie vergisst nicht, auf Ready zu klicken. Das geht, glaube ich, gar nicht. Als Host bist du, glaube ich, auch dabei oder so. Ich weiß es gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Okay, er muss ja Ready gedrückt haben, weil sonst wäre es jetzt nicht losgegangen. Okay. Okay, okay. Los geht's! Oh Gott, ich habe übelste Panik, ey. Wann wird er bremsen? Wird er überhaupt bremsen, ist die Frage. Alter, auf einmal so langsam. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war knapp, Alter. Oh mein Gott. Mein Herz. Mein Herz bremt. Jetzt weiß ich nicht mal, wo die bremsen immer. Die bremsen dann auf dort direkt. Das Chemie-Klo hinter mir schon? Der orange Wagen ist doch Chemie-Klo. Äh, ja. Was soll jemand innen von mir? Ich weiß es nicht. Wieder zu sehen. Oh, ich habe mein Kursi wieder nicht angemacht. Jetzt habe ich einen Quersteher. Jetzt kommt Chemie-Klo gleich von mir vorbei. Äh! Boah. Jetzt kann ich ihn nicht rüberziehen, weil er neben mir ist. Scheiße, Alter. Ist das mies, ey. Ist das mies. Weil er neben mir steht, konnte ich nicht mein normales, äh, Manöver machen. Das ist so anstrengend. Richtig anstrengend. Weiß ja auch mal, warum Chemie-Klo sagt, dass es anstrengend ist, da vorne zu fahren. Oh, scheiße. Ich habe es zu spät gebremst. Oh Gott. Chemie-Klo bitte mal auf dem dritten hier. Nein, Quersteher, Quersteher. Entschuldigung. Fuck, Alter. Oh Mann, ich komme noch nicht vorbei. Oh, ey. Ich habe schon versucht zu bremsen, das irgendwie zu unterbinden. Aber ich könnte nichts machen, Alter. Ach, scheiß Dreck. Ah, ich... Das ist halt richtig kacke, wenn neben dir jemand ist in der Kurve. Sollst du da machen, Alter. Du bist so gewohnt, einfach die Ideallinie zu fahren. Und dann steht aber jemand auf der Ideallinie. Was machst du? Sollst du einfach reinpreschen? Hatte ich zumindest nicht vor. Und dann versuchst du halt außen zu fahren, aber ich war zu weit außen und war im Dreck. Und dadurch habe ich mich dann gedreht. Geht ihr los? Boah. Boah, Alter. Ach, scheiße, ey. Der Anfang war gut, ey. Dann habe ich es verkackt. Hat da irgendjemand reingeprettert gerade? Ich habe ihn, glaube ich, nur kurz mitgenommen, glaube ich. Der hat mich kurz geschliffen, glaube ich. Oh, ich bin einfach auch zu unaggressiv in dem Spiel. Oh Gott, jetzt habe ich mich so durch den Wind gerade, dass ich nichts mehr peile. Ich weiß nicht, ob ich aggressiver sein muss in dem Spiel. Die einfach Sache, scheiß drauf, ich ziehe jetzt rüber. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie raus... Hier zum Beispiel, hier fahre ich ja normalerweise so, ne? Ja, ein bisschen übertrieben jetzt, aber... So fahre ich ja normalerweise lang. Und das ging ja auch nicht, weil Chemie neben mir war. Dadurch wirst du einfach so mega langsam, nur weil jemand neben dir steht. Oh. Deswegen war er so langsam. Warte, war ich das? Habe ich ihn getroffen? Der Blauprinz ist doch gerade... Nee, Eichy ist gerade rein. Habe ich ihn getroffen gehabt gerade beim Querstehen? Nee, oder? Aber ich habe hinten Schaden. Ist mir jemand hinten reingefahren? Ey, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum Eichy so kaputt war, aber deswegen ist er auch so langsam jetzt gefahren gerade. Oh, die ist doch kack, alles. Ah, keine Chance, Leute. Irgendwann noch was zu erreichen. So schwierig, sich wieder zu beruhigen, ey. Ist krass. Ganz ruhig, Tenji, ganz ruhig. Jetzt kommt ein Eichy natürlich. Der kommt jetzt aus der Box und wird mich locker überholen wieder. Weil der um einiges besser fährt als ich. Blauprinz ist auch meilenweit entfernt. Dieser Quersteher, der hat mir so viel Zeit gekostet. So viel Zeit kostet. Ja, man hat ein gutes Rennen, dann hat man wieder ein schlechtes Rennen. Ist immer so bei mir. Nur gute Rennen gibt es bei mir nicht. Wie beim Fuji. Dritter geworden und dann wieder letzter. Oder war ich letzter? Ich weiß gar nicht mehr. Wisst ihr, dass das Problem ist, wenn du den guten Leuten hinterher fährst? Du hoffst ja immer auf Fehler, aber das passiert einfach nicht. Das passiert einfach nicht. Wenn du mir hinterher fährst, kannst du auf Fehler hoffen. Aber auch die können mal einen Fehler machen. Ja, aber es ist halt wirklich selten. Meinst du? Da hat Eichy aus dem Augenwinkel gesehen. Ich hoffe nicht. Es ist noch nicht Zeit für dich, Eichy. Aber wenn Eichy schon direkt hinter mir ist, dann weiß ich auf jeden Fall, dass er mich... Er ist ja jetzt einmal in die Box schon reparieren gegangen. Solltet natürlich für mich, wenn ich in die Box gehe, könnte er mich überholen. Er verlierst immer mehr Zeit, schreibt der Shiryu. Meinst du damit? Shit. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man im Rennen wirklich besser ist. Also besser wird. Schneller besser wird in der Strecke, als wenn man nur Training macht. Jetzt habe ich Übelzeit liegen lassen. Das war jetzt kack. Das ist leider gar keiner vor mir. Wo ich sagen könnte, den könnte ich vielleicht noch kriegen. was ist denn vor mir eigentlich? Blau-Prinz. Scheiße. Oh Gott. Ja, Tenji, konzentriert dich nicht auf diese blöde Anzeige da unten, sondern auf die Strecke. Na, Shiryu, da gab es bestimmt einen Querstell oder sowas. Irgendein Fehler sollte passiert sein. Da hätte ich das nicht geschafft. Ich würde mich auf jeden Fall irgendwann einholen. Also theoretisch fahre ich halt auf dem Letzten noch. Der Letzte bedeutet hier nicht zufällig noch mal so viele Punkte wie gerade eben. Noch weniger Punkte, weil jetzt Blau-Prinz mit der Brunnen ist. Oh shit. Zu spät eingelenkt. Ich habe mich schon vergessen zu schalten. Was passiert manchmal? Das Körbs, Alter. Fährliche Scheiße. Fragis. Komme ich an ihn noch ran oder komme ich nicht an ihn ran? Eine geile Frage, oder? Ah. Eine Frage, die man nicht so leicht beantworten kann, wenn man so langsam fährt wie ich. Vorsprung, Alter, der Abstand wird nicht geringer zwischen Ihnen und mir. Oh Gott. Bisschen zu früh gebremst. Ich bin ein bisschen konzentriert, Leute. Ihr merkt es vielleicht, dass ich weniger labere. Es tut mir ein bisschen leid. Ich versuche schon irgendwie Blau-Prinz noch zu kriegen. Das sage ich jetzt nur, um Ihnen Druck zu machen. Oder wissen, dass ich hinter Ihnen bin. He-Heh. Nee. Ein bisschen spät eingelenkt. Nicht gut. Ah. Habe ich einen Initial D-Move gemacht. Oh, Blau-Prinz ist in der Box. Soll ich jetzt die Chance nutzen, an ihm vorbeizufahren und so viel Zeit wie möglich rauszuholen, damit er mich nachher nicht überholt, wenn ich in der Box bin. Das heißt aber, ich darf keinen Fehler machen. Hängt schon mal gut an. Die Runde. Ich habe tatsächlich gehofft, dass Blau-Prinz vor mir in die Box geht, damit ich ihn ohne Risiko überholen kann. Weil stell dir vor, ich wäre angekommen an ihn. Dann hätte ich ja vielleicht noch mit einem gewissen Risiko ihn überholen müssen. Ja, bei Kuhn. Falls es dich etwas würde, Was ist mit Kuhn? Ich will, wie weit du weg bist. Ich bin mega weit weg. Also die einzige Konkurrenz, die ich habe, die einzige Konkurrenz, die ich habe, ist Blau-Prinz. Ich glaube, Eichi wird mich... Der Drehort bei mir. Auch nicht ganz getrieben. Eichi wird mich überholen, wenn ich in die Box gehe. Ich wäre schon so nah dran. Aber zu langsam. Schneller fahren, aggressiver. Zu schnell. Wie weit ist ein Blau-Prinz entfernt? 34 Sekunden. Oh, ich hätte eigentlich jetzt in die Box gehen können. 34 Sekunden Entfernung. Hätte ich es, glaube ich, schaffen können, in der Box reinzukommen. Ja, aber im nächsten Mal wäre, glaube ich, jetzt nach der Runde eine Box. Einfach nur, weil es gerade eine gute Gelegenheit ist. Auch wenn ich gerade wieder so gut im Kuh bin, muss ich sagen. Ich bin gut drin gerade. Überlegen. Lachen wir noch mal auf die Zeit gucken. Oh, shit. Jetzt habe ich versucht, jetzt habe ich versucht, irgendwie die Dinger da links anzugucken. Wer wo steht und so und habe vergessen, zu schalten. Ichi ist halt, wie gesagt, der wird mich schon überholen, aber... die Einfahrt ist so kacke. Doch, er übernimmt hier. Ach, er fährt ja einfach so langsam. 35 fährt er hier und dann fährt er was schneller. Hast du 35, Lull? Ja, beim Einfahrt, wenn er übernimmt, hat er 35 Meter. Bin ich so drauf geachtet. Dann wird er ein bisschen schneller, also die kurze Strecke vorher. Reparatur ist insgesamt fertig. Zwei, drei, vier, fünf, fünf. Jetzt die Frage. Reparatur? Was war bei dir los? Ich hatte, glaube ich, hinten hatte ich zwei Prozent oder so. Reparatur ist sehr schnell gewesen. Ichi überholt mich, wie schon gedacht. Ach, komm schon, komm schon. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Ich komme vor, blau, ganz raus. Sehr gut. Wie geplant. Natürlich habe ich jetzt wird Blauprinz aber sehr nah an mir dran sein. Elf Sekunden trotzdem noch sehr spannend. Ich darf trotzdem keinen Fehler mehr machen. Es sind jetzt auch noch einiges an Runden, obwohl geht eigentlich. Nee. Ich würde es natürlich Blauprinz gönnen, mehr Punkte als ich zu kriegen, weil er ja dem einen Rennen jetzt nicht mitmachen konnte. Aber bin ich doch ein bisschen ehrgeizig. Ich will auch gewinnen. Also ihn gegenüber gewinnen. Das ist halt mein einziger Konkurrenz, den ich hier habe. Blauprinz. Das ist kein, soll keine Beleidigung sein. Ich finde das cool, was wir uns wenigstens battlen. War gerade so richtig scheiße. Ich bin einfach aus dem Crew jetzt raus. Jetzt krass, wie viel, wie schnell man irgendwie da rauskommt, wenn man kurz einen Boxenstopp macht. Ein bisschen konzentrieren. Oh, er ist schon acht Sekunden dran. Vorhin waren es noch elf. Eieiei. Ich und Blauprinz, wir pushen uns immer gegenseitig. Eine richtige Rivalität, Leute. bin spät gebremst, aber okay. Ging noch. Nur keinen Fehler mehr machen. Das wäre schon ganz geil. Hier habe ich nicht den richtigen Bremsdruck gekriegt gerade. Was war das denn? Oh, die Körper hat mich übelst gedreht gerade. Was war das denn? Das war der richtige Initial D-Move, Leute. Falls ihr wisst, was ich meine. mit den Rädern in die Regenrinne rein und dann besser um die Kurven zu kommen. Also sorry, dass ich so ruhig bin jetzt, aber bin da echt ein bisschen konzentriert, was das angeht. nicht so geil. Ich habe nicht so viel Zeit verloren. Komm, macht hin! Yes, yes, yes! Alter! Hör mal, schreit mir da so ein Typ ins Ohr. Tut mir leid! Das war gerade übelst knapp, Alter! Ja, konzentriert dich, konzentriert dich. Ich bin zusammen mit Kuhn, mit Kuhn in die Box gefahren. Ja, konzentriert dich, konzentriert dich. Ach Gott, Alter. Wird so hart die letzte Runde. auch übelst konzentrieren. Ding ist, aber ich muss noch eine Sekunde vor ihm bleiben. Scheiße, das ist kacke. Darf ich, glaube ich, nicht. weg. Schreit uns die Ohren voll. Tut mir leid. Boah, wichtig gerade. Dann wollen wir uns mal Dampf ablassen. Ich finde das immer witzig, wie ich immer erst anfange, im Rennen zu lernen, wie man die Kurven fährt. Also, ja. Die Kurve zum Beispiel habe ich nur gelernt, weil ich gerade als dritter, vierter oder fünfter gestartet bin und quasi hinterher gefahren bin, wie die das machen. Na, deswegen fahre ich die jetzt so, wie ich die jetzt fahre. Und auch wenn es vielleicht falsch ist, der Vorteil ist, ich habe jetzt das Gefühl, es ist richtig und ich fahre die auch immer gleich jetzt fast. Vorher bin ich immer unterschiedlich gefahren. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die einfach mal gleich fährt dann. Und selbst wenn die jetzt falsch sein sollte, nicht die beste Schnelligkeit ist, aber ist jetzt nichts. Ganz schön langsam gefahren. Ach, er hat auch eine Zeitstrafe. Yes, yes. Alter, geil. Yes, er hat auch eine Zeitstrafe gekriegt. Hast du wohl vergessen? Der hatte schon die ganze Zeit. Nein, du hattest eine Zeitstrafe. Ich hatte eine Zeitstrafe. Geil, Alter. Also, ich sehe es nicht, ob da jemand eine Zeitstrafe hat. Ich bin noch nicht fertig. Ah, sorry. Wenn jetzt immer noch ein Fehler war, das ist bis 8 Sekunden hinter mir. Sorry, sorry, sorry. Also, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt nämlich, also, ich habe es, ich muss mich jetzt selbst daran erinnern, weil ich die ganze Zeit oben links geguckt habe, wer jetzt eine Zeitstrafe hatten, wer nicht. Uh, Blauprinz. Es war spannend. Es war spannend, Blauprinz. Wir haben beide nicht so einen Riesenfehler gemacht. Blauprinz hat auch eine Zeitstrafe. Du musst doch locker vor, Blauprinz. Ja, aber wenn ich mich jetzt einmal gedreht hätte. Ja, drehen ist natürlich scheiße. Wäre scheiße gewesen. Alter, das ist doch krass. Wie geil. Wie geil. Hat er tatsächlich eine Sekunde Zeitstrafe, du auch? Ah, du warst dann direkt, der war direkt hinter dir oder was? Ja. Aber beide eine Zeitstrafe hatten, nice. Ich hatte die ganze Zeit eine Zeitstrafe und Kuhn hatte halt, also zumindest wurde es mir nicht angezeigt, der hatte bis zum Schluss keine Zeitstrafe und dann ist er irgendwie rausgefahren und dann sehe ich so, bling, Zeitstrafe. Ich dachte so, nein, geil, Alter. Fuck. Wie war? Krass. Einfach krass. Guck mal, meine schnellste Runde war so kacke, Alter. Fuck. Weggeworfen hab ich's, sagt der AK Kuhn. Auf Wiederholung Speyer und schnell, bevor es weg ist. Ah, geil, Alter. Aber richtig cool. Richtig cool. Ey, das ist krass. 1,41 bin ich bloß gefahren. Alter, wie macht ihr das, dass ihr so schnell fahrt? Ich werde nie mit vorne mitfahren. Guck mal, alle haben 38 gefahren. Wenn ich so schnell fahren könnte, dann hätte ich mitkämpfen können da vorne, sozusagen. Super Rennen, Reaper, schreibt der AKUN. Gut. Fangen wir an, wa? Ich glaube, wer hat in deinem ersten Runden den ersten Platz gemacht? Boah. Wer war das denn wohl gewesen? Das war ich. Weiß ich nicht. Virtu vielleicht? Du warst das, okay. Virtu war aber auf dem zweiten Platz. Virtu war auf dem zweiten Platz mit der schnellsten Runde und deswegen kriegt der immer noch seine zwölf Punkte. So, auf dem dritten Platz haben wir den Reaper, der sehr, sehr stark war dieses Wochenende mit neun Punkten. Ja, scheiße. Stimmt, du warst jetzt dritter und beim zweiten auch, ne? Ja. Beim zweiten war es viel schwerer, beim ersten war es so, ja, irgendwie. Eichi haben wir auf dem siebten Platz. Auf siebten Platz? Ne, auf dem vierten Platz mit sieben Punkten, so rum. Danach kommt schon Kuhn. Das erste Mal mit dem Lenkrad. Stabil. Sechs Punkte. Dann kommt Tenshi mit fünf Punkten auf den sechsten Platz. Ja, und Blaubritz war leider nicht ganz ready. Das war echt scheiße. So. Alle bekommen jetzt ein X, die anderen sind ja nicht da. So, kriegt auf jeden Fall ein X dafür. Das ist einfach krass. Hat quasi nicht teilgenommen. So. Ja, Bogus war ja auch nicht da, ne? Nee. Heute, schade. Das ist wahrscheinlich erst Advent. Das ist wahrscheinlich das, wo wir uns jetzt... Ja, stimmt. Ja, das habe ich komplett vergessen, dass heute erst Advent ist, ne? Das hätte man gleich verschieben können oder so. Ja, gut, dann müsstest du den ganzen Dezember verschieben. Ja, scheiße, stimmt. Ich werde auch nicht jeden Advent können. Es gibt bestimmt auch mal so, was ich zur Familie muss. Wenn ich, dann machen wir halt immer eine Pause und wir können ja auch jetzt über den Dezember ab nächste Woche Quatschrennen fahren. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Hätte ich auch Bock zu. Auf jeden Fall. Meine Fähne auch ohne Wertung oder so. Ja, müssen wir auch noch mal machen. Lass uns erst mal noch mal stehen geblieben im ersten Rennen. Okay. Machen wir so. So, zweites Rennen. Das ist wieder Rennen echt ein Doof. Zweites Rennen. So. Zweites Rennen. Wer war erster? Auf dem ersten Platz war diesmal der Virtu. Yeah, Virtu. Virtu. Sogar mit der schnellsten Runde. Das heißt, er kriegt die voller Punkte. 15 Punkte. Aber ich muss mal sagen, wir sind relativ gute Runden gefahren. Wir hatten vorhin die letzte schnellste Runde bekommen. Echt krass. Müsste ja 13 haben, ne? Das sind ja 12. 11 kriegt der. Ach so, 11. Okay, okay. Genau. So, auf den zweiten Platz bin ich, will auch mal keine beste Rundenzeit. 11 Punkte, wo ist es? Schade. Oh, nur 11. Traurig. Und dann wieder auf dem dritten Platz der Reaper bekommt immer noch wieder 9 Punkte. Ah, es ist das. Es sammelt sich ganz wein, die Neuner hier. Ja, aber 9, 9, 9, 9, 9. Da warst du immer ein Dritter, ne? Krass. Eine Menge Neuner. Und diesmal auf dem vierten Platz der Kuhn mit 7. Oder verbessert den zweiten dann. Auf dem fünften Platz der Aichi mit 6 Punkten. Er hat mal keinen Doppel, äh, Doppelplatz gemacht. Er hat es im zweiten Rennen hat er mit Kuhn getauscht erscheint. So, auf dem sechsten Platz der Tenshi mit 5 Punkten. War aber mega knapp, Alter. Und dahinter Blauprins. Oh, war ein paar Sekunden weg. Mit 4 Strafsekunden, ne? Das war ja kurz, kurz vor, kurz vor Durchfahrtsstrafe. Also, er kriegt ja immer noch 4 Punkte dadurch. So. Also, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, äh, Blauprins ist ein bisschen aggressiver gefahren, weil er entweder mich noch kriegen wollte oder, weil ich die ganze Zeit hinterher gefahren bin, dass er dann von mir wegfahren wollte oder so. Aber glaube ich, wenn du so weitermachst, äh, ich hoffe, wir können uns beide, ich hoffe, wir können uns beide gleichzeitig hochsteigern, dass wir immer, immer so Konkurrenten bleiben. Nächste Strecke ist ja Schmarrnzeig da. Ja, geil. So, dann gucken wir mal. Hat ja, trotz ist ja alles sortiert, wie es aussieht. Mhm. Ja. Übernommen, Virtua hat übernommen wieder. Ey, das ist so knapp da oben, immer ein Punktunterschied. Ja, mal gucken, wer beim nächsten Rennwochenende oben ist. Dann kommt direkt schon Reaper. Du hast ja jetzt, glaube ich, vor Kuhn dich hochgekämpft. Ja, ich habe aber noch zwei, äh, Streich, ähm, Ergebnisse drin. Also, theoretisch weiß ich nicht, ob Kuhn... Ah, schwierig, stimmt, weil er hat ja hier zwei Xe. Ja, der ist noch vor mir. Und die zwei Xe sind ja gestrichen. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich noch keine. Das heißt... Die ersten beiden werden gestrichen, das sind wahrscheinlich bei mir, warte mal, muss ich selber gerade gucken, drei und fünf, also acht Punkte weniger. Aber er muss auch noch streichen. Dann habe ich... Aber du ja auch. Nee, er hat doch sein Streichergebnis schon weg, wo er das eh nicht mitgefahren ist. Nee, aber wollten wir nicht zwei Rennen streichen? Ach so, wüsste ich jetzt gar nicht. Zwei Renntage streichen wir. Ja, zwei Renntage, deswegen meine ich ja. Das heißt, streichen, ist klar. Und dann muss er noch irgendwo zwei andere streichen. Er wird wahrscheinlich nicht die Elf und die Zwölf nehmen. Sicher nicht. Aber es kommen ja noch ein paar Rennen, also mal gucken. Wenn du einfach so weiterfährst, Hüber, dann fährst du einfach weg. Versuch's. Naja, einfach wegfahren wird nicht einfach. Das wird sehr knapp zwischendurch. Okay. Das wird schwierig. Weil gerade die Frage im Chat kam, die nächste Strecke wird sein Bratwurst. Bratwurst ist meine Strecke, bitte, ja? Also das ist meine Heimstrecke. Echt? Ja, ich liebe die Strecke. Die ist super. Scheiße. Okay, also Bad Shroft, oder wie das heißt. Elf Runden, also sind die auch ein bisschen länger scheinbar. Aber wir müssen natürlich jetzt noch rausfinden, welche Strecke denn übernächstes Wochenende kommt. Beziehungsweise, wir müssen jetzt wirklich, lass uns das mal ganz kurz diskutieren, wie wir das jetzt machen. Weil es kann wirklich sein, dass ich vielleicht auch mal zu einem Advent dann bei der Mama bin. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das kann halt sein, dass was passiert. oder dass ihr vielleicht irgendwo mal zum Advent irgendwas macht oder so. Ich weiß es halt nicht. Ja. Aber wir würden es erst nach Weihnachten werden wahrscheinlich auch. Ach komm, dann machen wir einfach am 5. weiter. Dann machen wir am 5. weiter. Dann nehmen wir einfach die komplette Wochenende, Weihnachten jetzt voraus. Bisschen schade. Ich hoffe, da hast du Zeit, Sven, weil du gesagt hast, nach Weihnachten. Ja, wenn dann wird das halt das Wochenende nach Weihnachten irgendwie. Ich muss sowieso mal gucken. Ich weiß gar nicht. Das wäre der 29. gewesen, deswegen. Ja, deswegen. Weil es gibt ja Leute, die haben ja vielleicht Urlaub oder so, weil Feiertage, dann noch Urlaubstage dazwischen, dann kann man jetzt eine schöne lange Woche machen oder so. Also wie doof dann. Okay, also Bratwurst am 5. 1. habt ihr viel Zeit, die Strecke zu üben. Die ist nämlich sehr schwer. Die Wände bestrafen jeden Fehler. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Jetzt geht's los. Hui, wer wird gewinnen? Wer, 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 wer? Es ist die Nummer 1. Oschersleben. Oschersleben, okay. Der Arschkurs. Oschersleben. Also, das nächste Rennen am 5. 1. wird Bratwurst oder Pazwurst, keiner weiß, wie man das ausspricht. Und dann kommt das Oschersleben am 12. 1. Wir haben mal eine kleine Winterpause sozusagen. Da schmilzt der Schnee ja schon wieder. Ja, und so wird es ablaufen. So, und dann müssen wir mal gucken, Sonderevent. Friends Hedge sind wir schon lange nicht gefahren. Friends Hedge hätte ich sogar echt Bock drucken. Oh, stimmt. Die war echt ganz cool so. Ist es mit den Autos auch ganz cool? Ja, denke ich auch. Komm, Nemo Brands Hedge. Nemo Brands Hedge, klar. Wenn keiner was dagegen hat. Jeder ist schon mindestens einmal gefahren. Die anderen Sonderevents, wir können es eigentlich immer, vielleicht hat jemand eine Idee oder so bis dahin. Ist das nicht die winzige? Ja. Die ist relativ klein, aber... Winzig ist die nicht eigentlich. Die Clubstrecke oder wie die heißt es kurz, aber... Ich würde sogar die lange fahren. Ja, beim nächsten Mal können wir uns dann vielleicht das nächste Sonderevent ausdenken. Eeeeeeem. Eeeeeeem. Pfft!